Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Heute werden die letzten Abschlussszenen gedreht. Und wir haben uns gedacht, wir drehen das in der Heiligkreuzkirche, weil die allen Bürgern sehr am Herzen liegt. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass es einen Modenladen in Bulu gibt und dass es mehr auf die Umwelt geachtet werden sollte. Zum Beispiel, dass am Baggersee nicht so viel Plastik hingeschmissen werden sollte. Hallo, wir von den Jurassic Dinos wünschen uns für die Zukunft, dass mehr auf die Umweltverschmutzung in Bulu und Boppenwirte geachtet wird.